Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Am gestrigen Samstag gab es ja für uns das 0 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach, das zweite Remis in Folge zum zweiten Mal in Folge zu 0, sowohl defensiv als auch offensiv. Und natürlich reden wir einen Tag später nochmal über das Match und vor allen Dingen auch, wie man das einordnet. Denn grundsätzlich war die Stimmung ja durchaus positiv, es gab aber auch eine klare Meinung und Warnung von Ralf Fährmann, die sicherlich auch durchaus richtig ist und darüber sprechen wir gleich auch noch. Zudem die Frage, die sich viele Fans stellten, warum wurde eigentlich Rodrigo Salazar nicht eingewechselt und wir gehen auch nochmal auf die Thematik ein, die so ein bisschen abseits der ganzen aktuellen Geschichte noch nebenher passiert, den Ablösepoker rund um Ruven Schröder. All das und mehr heute bei den aktuellen Schalke News. Und wir legen natürlich los mit dem Blick zurück auf die gestrige Partie. Es war ja ein 0 zu 0 der durchaus besseren Art und Weise von unserer Mannschaft. Wir haben gegen eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach gespielt, die sicherlich fußballerisch eine deutlich höhere Qualität hat als wir, aber natürlich auch nicht den besten Tag erwischt hat. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass eben Gladbach auch an sich eine Mannschaft ist, die durchaus gefährlicher ist, als wir sie jetzt gestern gesehen haben. Trotzdem war es natürlich ein Spiel, wo wir vor allem auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser drin waren, näher dran am Sieg waren, aber es halt auch nicht geschafft haben, die Chancen vorne zu nutzen. Es fehlten ja generell diese ganz, ganz klaren Abschlüsse, aber es gab ja mehrere Umschaltaktionen, wo eben so ein bisschen das letzte bisschen fehlte. Deswegen gehen wir nun auch mal die Aussagen durch von den beiden Trainern, von Teroddo und von Brunner und eben auch das, was Ralf Fehrmann am Ende nochmal zu der ganzen Geschichte und zur aktuellen Konstellation so gesagt hat. Legen wir aber erstmal los mit unserem Cheftrailer Thomas Reis, denn er hat nach dem Spiel Folgendes gesagt. In der ersten Halbzeit hatte Mönchengladbach etwas mehr vom Spiel, auch wenn unser Gegner nicht richtig zwingt gewesen ist. Nach der Pause haben wir dann aufgedreht, aber mit viel Mut und auch aggressiver gepresst. Aufgrund der zweiten 45 Minuten wäre daher sicherlich auch mehr als nur ein Punkt möglich gewesen. Wir müssen vorne klarer werden und ein Tor erzielen, gerade aus unserem Ball gewinnen, mehr machen. Die Möglichkeiten waren da. Zudem haben wir defensiv kaum etwas zugelassen. Die Jungs auf dem Platz haben 90 Minuten lang gezeigt, dass wir als Mannschaft leben. Da wächst etwas zusammen. Wichtig ist, dass wir uns für unseren Aufwand endlich auch einmal belohnen. Möglich schon im kommenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Positiv ist neben dem erneut guten Auftritt auch das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor. Auf die beiden Spiele zuletzt können wir aufbauen. Nun müssen noch die Tore her. Ein großer Dank gilt wieder einmal unseren Fans. Sie haben uns fantastisch unterstützt. Phasenweise hat es sich angefühlt wie ein Heimspiel. Und Gladbachs Coach Daniel Farke hat die ganze Geschichte auch ähnlich eingeordnet. Mir war bereits vor dem Anpfiff klar, dass es für uns ein sehr schwieriges Spiel wird. Es war ein Kampfspiel. Die Schalke haben wie erwartet viel investiert und gezeigt, dass sie unbedingt in der Liga bleiben möchten. Wir waren fußballerisch nicht gut genug, um das Spiel frühzeitig auf unsere Seite zu ziehen. Deshalb hat sich die Partie so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Wir haben nach den Seitenwechseln unsere Struktur verloren, hatten keine Kontrolle mehr. Deshalb bin ich mit den zweiten 45 Minuten nicht zufrieden. Am Ende mussten wir aufpassen, dass wir dieses Spiel nicht verlieren. Also etwas Positives nehme ich mit, dass sie nach längerer Zeit wieder einmal zu Null gespielt haben. Klare Worte gab es auch von unserem gestrigen Kapitän Simon Terodde. Wir standen wie schon gegen Köln, defensiv stabil. Aber vorne hat immer wieder etwas gefehlt, um einen Treffer zu erzielen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel auf das Tor der Borussia gespielt, uns aber leider nicht belohnt. Wir müssen dranbleiben, weiterhin hart trainieren. Den einen Punkt nehmen wir mit, ebenso die grandiosen Unterstützung der Fans. Das war wieder einmal großartig. Cedric Brunner wurde nochmal ein bisschen ausführlicher. Wir haben nicht viel zugelassen, hatten selber unsere Möglichkeiten. Leider hat uns das Glück gefehlt, dass vorne mal einer reinfällt. Wenn du hinten zu Null spielst, nimmst du immerhin einen Punkt mit. Der eine Zähler bringt uns zwar nicht richtig voran, aber er ist besser als keiner. Aber klar, wir wissen, dass wir Dreier brauchen. Ansonsten wird es schwierig. Die Leidenschaft und die Bereitschaft, die wir zuerst gezeigt haben, war sehr überzeugend. Wir haben einen guten Sammelt im Team. Jeder kämpft für den anderen und gibt alles für den Verein. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir unser Ziel am Ende auch erreichen. Wir müssen jetzt das Positive aus den vergangenen Spielen mitnehmen und wollen uns gegen Wolfsburg endlich belohnen. Und genau das ist ja eben jetzt auch wichtig. Ja, man kann auch dieses Spiel wieder lobend anerkennen. Wir hatten eine deutlich bessere Struktur. Auch jetzt haben wir wieder gesehen, dass diese fußballerische Art und Weise was ganz anderes ist als über weite Strecken der Hinrunde. Aber es braucht dann eben auch im letzten Drittel vor allem nochmal mehr Qualität. Natürlich jetzt nicht in Sachen Transfers, weil das Transferverhältnis erst zu, sondern in Sachen Abschlussstärke vielleicht auch eingespielt hat, dass da nochmal ein bisschen mehr bei rumkommt. Denn wir hatten gestern an sich wirklich die Chance, gegen eine schwache Borussia zu gewinnen. Und wenn du halt nicht absteigen willst, dann musst du halt wirklich auch mal so ein Spiel zu dir ziehen. Denn sonst natürlich die Frage, kommt dieser ganze Prozess der aktuellen Entwicklung zu spät, für eben unser Saisonziel die Klasse zu halten. Denn auch Ralf Fährmann hat bei Sky mal einen kurzen, klaren Satz gesagt, was er noch durchaus als Warnung verstehen kann. Es war ein gutes Spiel von uns, aber wir haben uns wieder nicht belohnt. Uns läuft die Zeit davon. Und genau damit hat natürlich auch Ralf Fährmann recht. Natürlich muss man jetzt hier nicht alles schlechter reden, als es ist. Oder beziehungsweise jetzt auch das Spiel sollte man jetzt nicht schlecht reden. Weil ein Punkt in Gladbach ist durchaus auch ein Erfolg. Und es gab ja auch durchaus Lob von vielen Seiten. Aber natürlich geht es jetzt auch darum, diese Leistung genau so in den kommenden Wochen zu bringen. Das ist das Mindeste, was du machen musst. Und eben dich dann noch vor allem offensiv zu steigern. Wir sehen, ein Moritz Jens bringt unglaubliche Qualität in unsere Abwehr rein. Er macht damit auch ein Maya Yoshida besser. Wir haben wieder mehr Varianten, auch mal Spiele einzuwechseln. Wie gestern auch ein Thomas Ovi, ein Marius Bülter im Zentralmittelfeld. Haben Kral und Kraus einen unglaublichen Job gemacht. Aber dann brauchst du eben auch vorne diese Abschlussstärke. Und das muss einfach noch kommen. Weil sonst wird es halt einfach nichts. Und deswegen werden die nächsten Spiele gegen Wolfsburg, gegen Stuttgart in Berlin. Unglaublich hart, aber auch unglaublich wichtig. Weil da müssen sicherlich vier, fünf Punkte her. Aber dann bist du eben auch wirklich dran. Und dann hast du vielleicht auch eine Chance. Lob gab es ja auch nach dem Spiel von Lothar Matthäus. Der Punkt langt für Schalke nicht. Aber die Mentalität der Mannschaft hat mich überzeugt. Kompliment. Sie wollten den Sieg. Die Gladbacher nicht. Schalke hat alles rausgehauen. Auch die eingewechselten Spieler haben sich angepasst. Und ich finde, das hat man auch durchaus gut gesehen. Auch die Einwechslungen von Thomas Reis haben durchaus gut gepasst. Das war mal wieder zu sehen, dass wir eben auch nachlegen können. Ich fand uns defensiv wirklich sehr, sehr stabil. Wenn es dann mal gefährlich wurde, war vielleicht noch ein Fährmann zur Stelle. Oder vielleicht nochmal ein Moritz Jens. Das passt auf jeden Fall. Aber vorne war das halt teilweise noch so ein Ticken. Einfach zu wenig. Ich kann mich an die Chance von Tirodde erinnern, wo Omlin die Kugel irgendwie noch halten kann. Aber auch das war jetzt nicht dieser mega klare Abschluss. Da muss einfach nochmal deutlich mehr her. Und dann haben wir natürlich auch eine Chance. Aber, und deswegen war es noch wichtig, von Ralf Fährmann das nochmal anzusprechen. Es ist halt so, dass uns durchaus die Zeit davonläuft. Es braucht jetzt noch mehr Punkte. Und dabei helfen soll natürlich auch ein Rodrigo Salazar. Und da war so ein bisschen die Frage nach dem Spiel für viele Fans. Ja, warum hat denn unser Zehner nicht gespielt? Gegen Köln hat man ja durchaus wieder gesehen nach Einwechslung, dass es sehr, sehr gut ist, dass er wieder zurück ist. Dass er offensiven Schwung mit reinbringt. Auch ich habe mir nach dem Spiel so ein bisschen die Frage gestellt, hätte er uns nicht bei diesen ganzen Umschaltaktionen extrem gut helfen können? Unser Trainer Thomas Reis hat die ganze Geschichte mal eingeordnet und auch gesagt, warum er das vielleicht auch am Ende nicht gemacht hat. Denn erstmal hat ja unser zentrales Mittelfeld gestern aus Eda Balanta, Tom Kraus und Alex Krall bestanden. Sicherlich eine Dreierkombi, die für das Spiel gestern sehr, sehr gut funktioniert hat. Eda Balanta, unser Neuzugang, stand ja direkt in der Startelf, hat direkt nach fünf Minuten eine gelbe Karte bekommen, aber hat eben auch trotzdem weiterhin sehr aggressiv agiert. War vielleicht auch mal ab und zu relativ nah dran am Platzverweis, aber genau das will man natürlich auch von ihm sehen, dass er eben auch dadurch einige Bälle erobern konnte. Wir wollten aggressiv sein, hat ja auch unser Trainer Thomas Reis nach dem Schlusswiff gegenüber der Watz nochmal gesagt, eben auch mit dem Blick auf Balanta. Und mit unserem Neuzugang war auch Reis durchaus zufrieden. Ich war überzeugt, dass es mit Eda in der Startelf funktionieren kann. Und es hat funktioniert. Balanta wurde ja dann nach einer knappen Stunde ausgewechselt, sicherlich eben auch bedingt durch die gelbe Karte. Und dann kam ja Dominik Drexler ins Spiel. Er bekam damit, könnte man sagen, den Vorzug gegenüber Rodrigo Salazar. Denn grundsätzlich war ja auch die Einwechslung von Drexler für Balanta offensiver. Sprich, man hätte ja auch Salazar bringen können, der gegen Köln durchaus für Schwung gesorgt hat. Und warum kam er dann auch eben in Gladbach nicht zum Zug, war so ein bisschen die Frage. Und Thomas Reis hat uns das mal erklärt. Denn was grundsätzlich das Thema war, man wollte eben die Statik nicht verändern. Wir hatten ja im Zentrum eine sehr, sehr gute Kompaktheit, die eben durch Balanta, Kraus und Kral vorhanden war. Und alle sind da wirklich sehr gute Zweikämpfer, auch durchaus defensiv orientiert. Und da sieht eben Reis bei Drexler ein bisschen mehr Qualität vorhanden im Defensivbereich als bei Salazar. Sprich, Drexler ist sehr, sehr fleißig, denkt einen Ticken defensiver als Salazar. Und ohne viel Spielpraxis hat Reis deswegen Salazar in diesem engen Spiel noch nicht so ganz zugetraut, genau für diese Stabilität zu sorgen. Ohne Rodri zu nahe treten zu wollen. Aber das kann er noch nicht. Natürlich hätte er spielerisch vielleicht einen Akzent setzen können. Aber auch ohne ihn hätten wir diese Akzente setzen können. Nur ist es uns leider nicht gelungen. Und ich glaube, die Begründung von Thomas Reis macht doch durchaus Sinn. Das kann man verstehen. Vielleicht wäre ja auch Salazar am Ende nochmal eingewechselt worden, als es dann diesen Doppelwechsel gab mit Ovean und Aydin. Da sollte eigentlich nur Aydin für Uronen kommen, aber bedingt dadurch, dass sich Brunner verletzt hat, musste er auch raus. Sonst hätte man ja noch eine fünfte Wechselobzung gehabt. Vielleicht hätte man dann Salazar nochmal gebracht. Vielleicht aber auch nicht für einen anderen Akteur. Grundsätzlich kann ich das dann schon verstehen. Wobei auch ich finde, dass Salazar ein sehr, sehr fleißiger Profi ist, der eben auch defensiv sehr gut mitarbeiten kann, weil er einfach jemand ist, der auch Foulspiele zieht. Aber grundsätzlich kann ich Reis das schon verstehen. Und er hat eben auch damit recht, dass die Spieler, die auf dem Platz waren, durchaus selber die Akzente setzen hätten können, wo es eben dann vielleicht mal ein Tor hätte geben können. Das war eben auch durchaus vorhanden. Ich denke mal gegen Wolfsburg, wenn wir mal dann auch Salazar wieder sehen und über kurz oder lang, dann natürlich auch wieder in der Startelf. Und nun reden wir nochmal ganz kurz abschließend über unseren ehemaligen Sportdirektor Rufen Schröder. Denn der ist ja auf Schalke zwar rein sportlich Geschichte, aber rein vertraglich ja noch nicht. Denn klar, er ist seit Ende Oktober nicht mehr Sportdirektor bei uns, aber er steht ja noch bei uns unter Vertrag. Der läuft ja noch bis 2024 und er ruht aktuell. Das heißt eben auch, wenn ihn einen Verein haben will, dann wird noch ein bisschen Geld bezahlt. Und da reden wir ja natürlich mal wieder über RB Leipzig. Denn dort ist ja Max Ebersport Geschäftsführer. Er möchte Rufen Schröder unbedingt haben. Aber natürlich muss RB auch an uns eine Ablösesumme zahlen. Und an sich ist auch hier die Lage klar. Schröder hat extra für solche Fälle eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei uns. Und diese liegt ja in Höhe von 700.000 Euro. Und natürlich ist das Geld, das wir auch durchaus gut gebrauchen könnten. Allerdings hat nun die BILD berichtet, dass Leipzig diese Summe nicht zahlen will. Intern haben wir nämlich dort beschlossen, maximal 250.000 Euro für Schröder ausgeben zu wollen. Sprich 450.000 Euro weniger. Und das ist natürlich dann schon eine Verhandlungsbasis, die nicht ganz so einfach ist, weil man natürlich dann schon grundsätzlich prozentual relativ weit voneinander entfernt ist. Aber ein offizielles Angebot habe RB ohnehin noch nicht bei uns eingereicht. Aber es wird schon erwartet, dass der Ablösepoker zeitnah beginnen wird. Und dann ist halt die Frage, inwiefern wir uns darauf einlassen, wie man eben da noch verhandeln wird. Natürlich ist klar, der Vertrag mit Schröder ruht. Das wiederum bedeutet ja auch an sich, dass wir ihn aktuell nicht bezahlen. Und damit kann natürlich auch Schalke erst mal pokern, weil man ja jetzt rein finanziell nicht zwingend einen Verlust macht. Man könnte eben nur gewinnen. Und natürlich ist auch klar, wenn es so eine Ausstiegsklausel gibt, die jetzt auch meiner Meinung nach im vollkommen okayen Bereich liegt, da muss man sich auch nicht zwingend unter Wert verkaufen. Mal gucken, wie sich die ganze Story noch so entwickeln wird. Und somit sind das die aktuellen Schalke News des Tages. Ich glaube, heute mal mit ein paar Versprechern dabei. Sorry dafür, ich war bis heute Morgen noch in Gladbach. Deswegen wollte ich aber jetzt auch direkt das Video aufnehmen. Schreibt trotzdem mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Schaut doch gerne mal auf Thiele Football vorbei. Da habe ich nämlich gestern Abend schon einen Stadion-Vlog hochgeladen von unserem Spiel in Mönchengladbach. Wahnsinn, Stimmung war ja dort. Es war gefühlt wie ein Heimspiel. Das war geil. Checkt das gerne ab. Schreibt eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao. Und Glück auf. Anna Lischalka.